Wir kommen zurück zum Let's Play Portal 2 im Portal Rerun. Wir begeben uns jetzt weiter. Schuhe ohne Sollen? Bartläuse? Was relevant ist? Nein, gab es nicht. Pump Station Gamma. Genau. Tür, 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 da. Bestimmt. Ja, das ist bestimmt. Das kriegen wir hin. So, drei Pumpen. Blau. Orange. Und weiß. Für alle, die es nicht wissen, das weiße Gel ist Portal Gel. Ach, Vogel. Tötet das Mistvieh. Weg ist er. Gut für ihn. Also weiterdenken. Willkommen in Richmond Center. Seit die Teilnahme an Tests, weil ein Mitarbeiter zur Pflicht wurde, hat sich die Qualität der Testsubjekte dramatisch verbessert. Die Mitarbeiterbindung hingegen nicht. Daher werden wir in Zukunft für menschliche Testsubjekte keine Verwendung mehr finden. Vorher stehen aber noch einige Dinge aus. Die Fennig-Fuchser meinten, wir könnten uns das Mondgestein nicht mal leisten, wenn es 7 Dollar kosten würde, geschweige denn 70 Millionen. Haben es trotzdem gekauft. Haben es gemahlen und zu Gel vermischt. Und weißt du was? Gemahne Mondsteine sind pures Gift. Ich bin todkrank. Aber sie sind tolle Portalleiter. Wir testen gerade, ob sich durch die Verwendung dieser neuen Portale das Mondgift aus der Blutbahn entfernen lässt. Wenn das Leben dir Zitronen gibt, mach Limonade draus. Denken wir positiv und forschen weiter. Ich wäre mir dankbar, wenn du diese Tests so schnell wie möglich durchführen könntest. Carolyn, bring mir noch ein paar Schmerztablin. Herrlich, herrlich, herrlich. Es macht Spaß. Es macht Spaß. Das ist das eine Level, das ich nicht mag, weil es so anstrengend ist. Das ist das, was ich nicht mag, weil es so anstrengend ist. So, wundervoll. Okay. Ich habe ihn. Gleich kommt auch noch eine sehr schöne Stelle, die ich sehr mag in diesem Game, weil sie sehr humoristisch formuliert ist. Die Frage ist, wenn wir Musik auf einer CD speichern können, wieso dann nicht auch die Intelligenz und die Persönlichkeit eines Menschen. Daran arbeiten die Techniker gerade. Brain Mapping, künstliche Intelligenz. Darum hätten wir uns schon vor 30 Jahren kümmern sollen. Aber jetzt ist es zu spät, über verpasste Chancen zu jammern. Ich sag dir was. Und ich sprech's auf Band, damit sich's jeder hundertmal am Tag anhören kann. Wenn ich sterbe, bevor man mich in einen Computer einspeisen kann, soll Carolyn den Laden hier schmeißen. Sie wird sich zwar sträuben und sagen, sie kann es nicht bescheiden, wie sie ist, aber dann zwingt ihr sie eben. Meinetwegen steckt sie in meinen Computer. Okay, der ist vorbei. Ihr könnt wieder zurück. Bleiben Sie wohl. Nun. Ich würde sagen, der hat Husten. Na. Wie sieht denn das hier aus? Ah ja, die Geschichte. Juhu. Jetzt wird's lustig. Jetzt wird's lustig. Kommen wir da hin? Juhu. 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 Der Weg führt immer nach oben. Das wissen wir mittlerweile. Das ist ja ein altes Portal-Prinzip. Kann man mal einen neuen Approach versuchen hier eventuell? Wie wäre es denn damit? Moment. Na ja. Guck. Geht. Ist doch herrlich. Ich weiß, es sieht Fenster aus, aber der Irre dort unten hatte Recht. Die Zitronen nehmen wir nicht. Wir gehen sofort wieder hoch und zwingen ihn mich wieder in meinen Körper einzusetzen. Und er bringt uns sicher um, weil er mächtig ist und ich keinen Plan habe. Ich will nicht lügen. Wir haben ein Millionstel einer Chance aufgerundet. Mach mir doch was verrücktes. Wenn wir schon explodieren, dann doch wenigstens mit Förder. Das hört sich nach einem validen Plan an. Ich finde das eine gute Idee. Das gefällt mir. Ähm... Ich muss jetzt hier hoch. Danke. Du, 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 du. Wie war das? Da nicht für, ne? Das war... Steht da drauf? Ja. Innen. 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 Gaution Gorschen, ja da ist ein Loch im Boden, na, hält sich ja noch, hält sich ja noch in Grenzen, wa? Ja. So schaut das alles. Äh. Komm ich von da oder runter, ne ich muss, ich muss erst nur da, dann kann ich... So, sehr schön. So. Äh, da. Da, da wollen wir hin. Taktischer Fehler, das ist natürlich Bullshit, ist ja klar. So. So. Das ist auch Bullshit. Ah, ne, ähm, schon richtig. Da wollen wir hin. Damit wir dann so und so. So. Genau. Wundervoll. Gucken wir mal, ob wir diesen Jumpin' kriegen. Los geht's. Yoink. Yoink. Jetzt kommt gleich ein total toller Effekt. Wir wollen jetzt hier nach oben. Und so funktioniert Pulverbeschichtung. Also, im Prinzip. Äh, jedenfalls. Gucken wir jetzt mal. Jetzt kommt das bisschen. Ich will jetzt mal kurz gucken. Jetzt kommt gleich ein Motion Syncness. Da blicke ich immer nie durch. Bin ich da weit genug da oben? Bin ich drüber? Gut. Watch your step. Weil, wir gucken da drauf und das sieht halt so aus. Aber, ja. So, ne? Ist klar. Es geht hier quasi schräg nach oben. Und wenn du da nicht weißt, wo du hinguckst. So. Fantastisch. Fantastisch elastisch. Ähm. Den Deckel machen wir noch auf. Und dann hören wir auf mit dieser Folge. Überziehen wir die jetzt mal nochmal ein klein wenig. Das macht aber nix. Das, ähm, das sollten wir relativ schnell gelöst bekommen. Jetzt muss ich nur kurz gucken. Äh, ich möchte da hoch. Ich möchte... Bin ich noch da? Bin ich noch da? Bin ich noch da? Runterspringen? Runterjumpen? Ah ja, genau. Äh. Was ist das? Welchen ist das? Können wir ja auch einfach das nehmen, hm? Genau. So. Fantastisch. Dann wollen wir... Nach... Da. Und... Nach da. Und... Das reicht nicht. Was ist das denn? Tschüss. Was ist das denn? Descalculated. Glaub ich nervig ist das denn? Oh, meine Freunde. Naja. Hm. Ich habe eine Idee. Das Poster. Kannst du das mal ansehen? Gerne. Paradoxa. Keine KI kann Ihnen widerstehen. Ich weiß, wie wir ihn besiegen. Gut, wenn du sagst, dann drücke ich jetzt auf diesen Knopf Hedge Override. Und bitte. Untertitelung des ZDF, 2020 So, jetzt müssen wir noch auf diesen Arbeitscopter aufsteigen. Da müssen wir aber nicht drauf springen. Da gibt es eine wunderschöne Treppe dahin. Und Abfahrt. So, wo sind wir hier? Genau. Unter dem Enrichment Center. Das sind die oberen Tests. Kann man, die stehen hier auf Federn. Die sind im Fehler gelagert. Ja. Let's see where this gets us. Genau zu diesem Punkt wollte ich. Das soll es für diese Folge gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Schaltet in der nächsten Folge auch wieder ein. Bis dahin. Macht's gut. Tschüss.